Die Nummer 27 auf der Liste, Büro-Spektakel Level 1, ebenfalls eine Neuheit, diese wiederum aber schon verfügbar ist. Die Nummer 27 auf der Liste, Büro-Spektakel Level 1, ebenfalls eine Neuheit, diese wiederum aber schon verfügbar ist. Die Nummer 28 auf der Liste, Büro-Spektakel Level 1, ebenfalls eine Neuheit, diese wiederum aber schon verfügbar ist. Die Nummer 28 auf der Liste, Büro-Spektakel Level 1, ebenfalls eine Neuheit, diese wiederum aber auch 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 eine Neuheit So, das war die Pyro-Spektakel Level 1 aus der Verbund-Vorwerk-Serie.